Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zum Blitzverzieht nach unserem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim auch heute wieder aus dem Auto bedingt durch den Stadion besucht, also Tonqualität nicht die beste, aber egal, wir haben gewonnen und das mit 3 zu 0 und das war sicherlich vor allem in der 1. Hälfte kein gutes und schönes Spiel von uns. Ich glaube, da kann man sich vor allem bei Martin Freisel bedanken, dass man da relativ lange die 0 halten konnte. Ja und dann führten wir auf einmal kurz zu der Pause, Dominik Drexler per Kopf mit dem 1 zu 0 nach dem Eckball, auch das war alles nichts halbes, nichts ganzes, aber es war das Tor in dem Spiel, welches nicht überragend gut war, welches aber vor allem stimmungsvoll war und welches wir dann in der zweiten Hälfte in die richtige Bahn lenken konnten. Das 2 zu 0 war sicherlich mit das Wichtigste im Spiel, wir kamen relativ gut aus der Pause und dann Ko Itakura, was für ein Traumtor, hat er alleine gemacht, hat alle gefühlt ausgetanzt, also das war überragend zum 2 zu 0 und danach hatten wir dann das Spiel auch komplett im Griff, das war extrem stark und souverän, eigentlich hättest du danach das 3 zu 0 nachlegen müssen, das waren wir erst mal versäumt, dadurch wurde es auch nochmal spannend mit dem Anschlusstreffer, der aufgrund von Abseits dann nicht gezählt hat, da hat man ein bisschen Glück gehabt und am Ende dann aber auch komplett das Ding in die richtige Bahn gelenkt und souverän zu Ende gebracht und somit dann noch kurz vor Schluss Terodde mit dem, ja, Schlusspunkt zum 3 zu 0. Somit sind wir vorerst Tabellenführer, aber auch das ist relativ irrelevant für den Moment, es ist einfach wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben gegen den rechten Konkurrenten, die ihn erstmal weggehalten haben und somit haben wir die Ausaufgaben für das Wochenende erledigt, aber es sind noch weitere 5 Spiele, die extrem wichtig werden. Eure Meinung zum Spiel, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Eure Meinung zum Spiel, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video, gerne mal in die Kommentare,